Hey du! Wer? Ich? Ja, genau du! Wie geht's dir? Mir geht's perfekt. Ich hab grad schon gegessen, hab meinen täglichen Porns geguckt, jetzt spiel ich ne Runde Xbox, mir kann's gar nicht besser gehen. Siehst du, und genau weil's dir so gut geht, willst du bestimmt traurig werden. Traurig werden? Ich will nicht traurig werden. Siehst du, und genau weil du unbedingt traurig werden willst, gibt's jetzt die neue Emo-Pizza. Die neue Emo-Pizza macht dich echt traurig. Und das Beste, es gibt sie in drei Geschmackssorten. Einmal Weintraube, Schnittlauch oder aber auch einfach extra scharf. Und das Beste an der Emo-Pizza, sie schneidet sich selber. Und das sagen unsere treuen Kunden von der Emo-Pizza. Danke, Emo-Pizza. Seit dir, dank dir, bin ich ganz traurig. Jedes Mal. Und dank der Emo-Pizza, mach ich immer komische Kopfbewegungen. Wie dir zum Beispiel. Ich will das nicht. Ich will wieder sein wie vorher. Die Emo-Pizza bringt Unglück. Esst sie auf keinen Fall. Jeden Fall hat er gesagt. Also holt euch jetzt die neue Emo-Pizza. Also, ist geritzt? Ich will das nicht. Ja. Ja, ich will das. Stop. Nichts. Ja, ich werde. Ja.